Der Tag, an dem es beginnt, vergesse ich nie. Es war an einem Lastplatz in der Früh, du wartest mich in einem Café-Store, an der Tanke in dem Café-Shop. Der Tag, an dem es beginnt, vergesse ich in einem Café-Store. Der Tag, an dem es beginnt, vergesse ich in einem Café-Store. Ich frag mich immer noch, warum gerade du? Die Zeit, als wir zusammen gingen, verliebt waren und an einem Ande hängen. Obwohl es nicht immer so handelisch war, aber wir kannten uns jetzt schon ein ganzes Jahr. Können wir zusammen glücklich sein? Die Antwort ist einfach, sie heißt nein. Ich fragte mich, warum gerade du? Was sagst du, dass ich mir lieb war eh nur? Wie kann ich dich nur wiedersehen? Ein Treffen mit dir wieder so schön? Es kam so, wir sangen uns im Zug. Ich frag mich immer noch, warum gerade du? Ich frag mich immer noch, warum gerade du? Untertitelung des ZDF, 2020